Als die Produktionsstätte war, glaubte ich fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hineinschaffen, die drei restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Da sind wir doch mal gespannt, ob das wirklich so einfach ist, hä? Das wird sich ja noch ausstellen. So. Warte auf Antwort deines Partners. Ich dachte, du wirst es irgendwie mit reinbauen oder machen. Infiltriere die Anlage. Upsi. Lass uns erstmal oben schauen, ob sie irgendwo auf den Türen stehen. Hat er hier sich keimt? Ne, ich auch nicht. Irgendwoher schießt. Oh man, ich hatte es krank zu sein. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Hey. Da ist er. Sag. Komm, schießt auf mich. Da wurde schon einer, Herr Schott. Ja, ich habe ja schon zwei. Aber hier oben doch nicht. Doch, ich habe einen von da oben runtergeholt. Hat runtergeholt gesagt. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh 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 oh. Da unten steht ein MG. Der Kling schießt direkt auf mich. Da unten stand ein MG. Seht ihr hier was? Er ist hier gegen mich. Ja, Bigfool, du musst ja auch retour schießen. Sack. Der nächste weg. So, noch einer weg. Sag mal, die rennen ja nur von hinten rum. Sack. Wieder weg. Oh, da unten steht einer. Wo? Du kannst dich gewinnen. Ich werde dich binden. Ja, ich habe ihn auch vermischt. Juhuhuhuhu. Ich habe gerade auf ihn geschossen, wo du auf ihn geschossen hast. Ja, du Schwein. Hat mich Hund genannt. Ich bin ein Wegboot. Ich bin ein Schnellschießer. Ähm, ja. Okay. Oh, ich habe ihn in die Eier geschossen. Tut mir leid. Wie? Familienplanung. Familienplanung ist rum. Hehehe. Oh, wow, 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 wow. Steht der? Die hört man ja voll das Herz schlagen. Hört mal die. Wow. Und zwar von mir. Wir haben gerade ein kleines Problem. Ich sehe keinen mehr. Ah, da hinten rennt einer. Okay, der ist weg. Da rennt auch nochmal einer. Wo ist der jetzt hin? Oh. 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 Irgendwie da über 90 Meter. Läuft bei dir? Ja, in Laufgrad. Ja, Mann. Da hinten steht einer. Oh, da hinten steht einer. Ich sehe keinen mehr. Oh, da steht direkt einer neben mir. Bigfoot. Hä? Wo denn neben dir? Ich dachte nur noch nach da vorne. Auf der Straße hier, wo es hoch geht. Zack, weg ist er. Mann, das war aber eng. Ja, Alter, aus der Höhe überkommt der Schaden, wenn er da runterspringt. Dann ist er. Ich lege mich da einfach vor. Warum nicht soll ich mir eine Deckung geben, oder was? Ich sehe hier keinen mehr. Ich weiß ja nicht, ob wir hier durch können. Nee, können wir nicht. Da ist das Loch da. Haha, er hat durch das Loch gesagt. Hahaha. Ähm, irgendwo hier? Ja, man kann den nicht durch. Ist das Eiden? Ja, ja, ich hab einen Goldbaum gefunden. Yay, und so. Dann gibt's hier keine Lücke. Da hinten, komm zu mir. Komm zu mir. Jetzt muss ich aber nicht zu dir laufen. Ich geh gar nicht. Ich hoffe mal, da kommt jetzt keiner. Sonst hab ich ein Problem. Ja, dann passt er nicht zu weit vor. Das war eng. Komm zu! Danke, grad beim Nachladen. Doch, Alter. Ey, hier fass ich auf. Ich bin mal gar nicht. Alter, weißt du, wie knapp das jetzt schon zweimal war? Ja. Oh, ich hab noch einen Goldbaum gefunden. Yay. Ich wünschte, ich würde meine Gesundheit finden. Ja, aber da würde ich auch passen. Da ist davor wieder ein Verrückter. Warte, warte. Da in den Gang. Genau da. Ich hoffe, sie alle. Was heißt hier alle? Ja, auf jeden Fall sind da noch mehr Leute. Wann geht mir das jetzt auf den Senkel? Je mehr ich spreche, desto mehr muss ich husten. Verdammt. Oh, nicht gut. Nicht gut. Oh, der nächste ohne Familienplanung. Äh, nicht gut. Also du bist eher so einer. Er ist hier irgendwo. Das läuft bei mir. Ey, das läuft halt so. Bei mir weniger. Das kriegt sich ganz klein Treffer ab. Ich hab mich mittlerweile... Ich hab mittlerweile hier so ein bisschen... Ey, ich komm hier nicht voran. Da kommen immer mehr. Jetzt ist wieder ruhig. Ich werde dich finden. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh shit. Du alten bullshit. Ein... Auf, auf. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Äh, ist grad irgendwas in die Luft geflogen? Äh, von mir nicht. Äh, das war von mir. Und wieder ein Erfolg. Das bei mir. Also ich bin hier grad... Ich hab den ersten Sprengstoff platziert. Ähm... Ich würd' ja auch gerne. Ich würd' ja auch gerne. Hallo? Oh, hier ist schon einer. Okay. Cool. Also einer bleibt noch. Huuh. Ich muss extrem vorsichtig sein. Alter, Bigfoot. Was denn? Ich hab hier grad genug zu tun. Der Leif bei mir. Okay. Hast du den Zünder platziert? Den zweiten? Den zweiten, ja. Ich bin grad zu den dritten unterwegs. Okay, dann mach den dritten mal. Ich guck, dass ich hier ein bisschen... Was... Äh, ich bin schon dran. Ich will da rein. Ich bin das Büro von Schweiger. Von Tilschweiger. Hohohohohohoho. Weil mal hoffen, dass es nicht das Büro ist. Denkt er mir recht nicht gern. Jetzt müssen wir... Befährdung machen. Wohl. Oder Raketen, hat er gesagt. Wer schickt sich irgendwo. Wer schickt sich irgendwo. Das geboren... Ich laufe einfach hier. Wollt nicht was zu ihr diere laufen. Ich bin echt zu fies. Wohoooooh, back! Wahh! Ach du wirst mich gesehen! Ich bin echt zu fies. Ich bin so fies. Ich bin echt zu fies. In einem Jahr schon… Ich bin echt zu fies. Verlaubt er sich? Wow! Aber hier sollt ihr vorsichtig sein. Alter! Oft kann ich mir so ein Ding nicht erlauben hier. Gott, ich bin so ein schlechter Schütze. Ja, heute hat sich das Ganze irgendwie gewechselt. Was von hinten? Warte auf andere Spieler! Hallo! Was ist denn mit? Ich geh mal hoch. Bigfoot, da drüben im Büro da ist auch noch ein Goldbaum. Ja, ich warte hier nur auf dich. Ach so, kannst du nicht weiter? Ja, also ich muss auf dich warten. Sorry, habe ich nicht gewusst. Ich dachte, es geht vielleicht. Aber da ist alles sauber, keine Sorge. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass du den Goldbaum eingesammelt hast. Ja. Kann man sich ausrüsten? Kann ich gesehen? Warte auf anderen Spieler. Ja. 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 Der Bastard Schweiger hat uns alle verraten. Wir haben ihn bei dem Versuch erwischt zu den Amerikanern zu wechseln. Er wird am Opernplatz gefangen gehalten. Er wird bei Tagesland noch erschossen werden. Müller. Müller, als ihr wollt, bitte kommen. Müller, als ihr wollt, bitte kommen. Müller, als ihr wollt, bitte kommen. Äh, scheiße, falsche Waffe. Vielleicht von mir. O Alte, Alte, Alte. Da bin ich ein Turkish verwischt. Das sind das Gebiet. Ja, schön wär's. Jetzt läuft jetzt im Glück keine Zeit mehr. Das ist ein Unterschied, da muss immer was explodieren. 590 Meter. Ey, seid ihr heute? 100,5 Meter. So, warte mal, jetzt gucken wir mal das nicht mehr. Ich komme mal von hier schon. Ne, wir könnten von hier nicht abhauen. Oh, 2 für 1. Ich habe nur 2 auf einmal. Und wieder. Hast du eigentlich diese Aktion damit? Was? Dass wenn die Kugel so vorbeifliegt? Ne, ich bekomme schon meine auch nicht mit. Gerade. Ich habe da 3 oder 4 Stück von den Aktionen hintereinander gemacht. Echt, echt. Mist, ich muss auf die andere Seite rüber. Oh, wie gut. Danke. Nein, nein, Grudel, ich muss hierbleiben. Wie du musst hierbleiben. Ich bleibe mal kurz hier. Ja, weil ich gerade fast gestaunen wäre. Ach so, wenn du im Kuss bist. Da kommt welche hoch. Und halt da auch. Ich bin gleich tot. Ja, bei mir sieht es nicht besser aus. Ich wollte mich ja immer noch unten. Ja, ich kümmere mich hier gerade um alles. Warten wir auf andere Spieler. Warten wir mal kurz. Dann leg mal nochmal diese Stolpermine hin. Äh, RB. Ja. Ich glaube mal. Warten Feuer. Wir singen das Lagefeuerlied. Warten auf anderen Spieler. Ich bin doch da. Genau hinter dir. Ich bin da aber gerade. Oh. Wurde, ich will hier weg. Verweilte, ich werde langlaufen. Alter, das explodiert mir direkt vor mir. Äh, die läuft ein bisschen zu schnell. Wurde ich mal sagen. Das explodiert gerade dann, wenn ich da vorbeikomme. Und nun? Wie da reicht es, das muss man zu denen. Hör mir dich aus der Anlage. Ich bin da. 148,50 Meter, Kopfschuss. Das bei dir. Oh, da steigen wir hier aus.